Noch keine Präzision im Schuss, toll drin, macht sich groß, bleibt stehen, wartet auf die Bälle und steht dann dementsprechend auch noch richtig. Auch wenn es jetzt noch ein bisschen ruhig ist, noch in der Halle, für die zweite Mannschaft sicherlich sehr motivierend, dass noch sehr, sehr viele Leute in der Halle geblieben sind, hier nach dem tollen Pokalspiel von Grün-Weiß, Schwerin 1, und sich das Spiel mit angucken. Jetzt erstmal das Tor für Rostock Süd, wieder auf der zweite Klasse durchgesetzt, bereitet ihr dritter Treffer. Ah, gelbe Karte für Johanna. Dann mal die zweite gelbe Karte für Grün-Weiß, Schwerin. Jetzt ist ein Spielzug angesagt, 1, wollen wir mal gucken. Jetzt wird er getauscht, versucht die Möglichkeit zu schaffen und es gibt gelb gegen die 5. Von Rostock. Und es ist klasse gespielt, jetzt auf den Außen von Julia Harder, das habt ihr schön gesehen. Und 6 zu 5 für Schwerin. Genau, Spiel breit machen, Ball passen von links nach rechts, bisschen Druck aufbauen, dann ergeben sich solche Möglichkeiten, die an dem Versprechen auch genutzt werden. Ich sehe gerade hier fast eine 3-3-Deckung, die aufgelöst wird durch den zweiten Kreiswerfer, aller Voraussicht nach. Ja, da hat man eben die Absprache mit dem Trainer, soll ich in den zweiten Kreis machen, nachdem sie rausgenommen wurde. Und genau das sagt der Trainer auch. Jetzt stellt Rostock, aber sie kommt nicht hoch zum Wurf, Theresia Meissner ist da und Laura Fischer kann den Ball dann halten. Dann ist die aggressive Mann-Deckung sofort wieder da und jetzt soll sie den zweiten Kreis machen, aber da auf der linken Seite setzt sich Rostock durch, erzieht den Treffer zum 6 zu 6. Hat sich da ein wenig weh getan, Julia Heinze. Und wieder die aggressive Deckung. Ausgeführt durch Katrin Hilger können sich aber schon durchsetzen, aber der Ball landet im Block. Na, na, bahnt sich hier auch wieder ein technisches Fehlerfestival an. Ja, man muss dazu sagen, die MV-Liga, eine Liga unter der Ostseespree-Liga, also noch tiefer als das, was wir eben gesehen haben von Ostseespree und zweite Bundesliga. Da kommen technische Fehler durchaus vor. Es gilt natürlich auch hier besonders klein zu halten, besonders wenig Fehler zu machen, weil wer weniger Fehler macht, der gewinnt letztendlich das Spiel. Und jetzt erstmal sauber nach außen rausgespielt und das Tor für Rostock-Liga. Fehlpass von Julia Hader, sicherlich gut gedacht, aber das Spiel einfach in die Mitte zu öffnen, wäre vielleicht in der Situation einfacher gewesen und vielleicht auch sinnvoller. Und so ist man hier in Rückstand gegen Rostock-Süd. Etwas, was wir, was man ja sagen muss, im Spiel zuvor überhaupt nicht gesehen haben. Rückstand für Grenweiß. Jetzt wollen wir gucken, wie die junge Truppe, der Neuling, damit umgeht. Und das sieht ziemlich gut aus, weil das ist ein Konter. Schiller, Tor. 7 zu 7. Inwiefern nimmt man den Spielstand eigentlich als Spieler wahr während des Spiels? Ja, es ist schwierig. Also, aus meiner Erfahrung sage ich mal, ich nehme es teilweise gar nicht wahr. In der Unterbrechung, wo das Team, äh, das Zeit auskommt vom Schiedsrichter, wo die Zeit angehalten wird, guckt man schon mal hoch an die Anzeigentafel. Einfach auch erstmal, glaube ich, hauptsächlich zu wissen, wie viel Zeit ist noch zu spielen. Und da Bonny Lent von rechts mit dem Treffer zum 8 zu 8. Klar, man schaut natürlich auch auf den Spielstand, aber ich denke mal, kann einerseits eine hemmende Wirkung haben, wenn man vielleicht sieht, dass es mal drei Tore oder mal fünf Tore gestanden sind. Da sollte man gar nicht so genau darauf achten, sondern auf seine eigenen Qualitäten hoffen, die einsetzen im Mannschaftsspiel. Heide! Reide! 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 Schnelliges Kloppel! Weiter, weiter! Wieder ein technischer Fehler, schade weggeführt für den Schiedsrichter, natürlich, da wo es passiert, muss es ausgeführt werden. Es kommt ja auch ein wenig Stimmung auf für die zweite von Grün-Weiß, was ja auch als Perspektiv-Mannschaft gedacht ist für die erste Truppe. Da es ja keine A-Jugend-Oberliga mehr gibt in Mecklenburg-Vorpommern, man keine Perspektive hatte für die Regionalliga und aus der Not eine Dugend gemacht und diese zweite Mannschaft eröffnet hat. Schwerin hat noch nicht die richtigen Mittel gefunden, um diese großgewachsenen Abwärts zu bespielen, sich Situationen zu erschaffen, um vielleicht mal zu einem einfachen Torerfolg zu kommen. Wir sind etwas planlos, bisschen kopflos, bleibt abzuwarten, wie sich das im Laufe der Passive Spiel angezeigt und der Abwurf dann vom nächsten Moment entwickelt. Dann sehen wir wieder, wie Rostock diese Manndeckung auflöst, indem die Spieler entweder in den Kreis oder nach außen, an die Außenposition gehen. Wurf von außen und der Fuß, Entscheidung der Schiedsrichter und der technische Fehler verhindert jetzt eigentlich den schnellen Angriff. Schönen Fehlpass unterbunden, rechtzeitig gesehen, dass die Abwehr da rausgerückt ist. Ich würde gerade sagen, da finden sie kein Mittel gegen diese Abwehr und jetzt kommt auch das leichte Tor von Juliane Schiller. zum 9 zu 8 für Grünwald Schwerin. Und jetzt gibt es Freiwurf für Grünwald Schwerin. Ja, technischen Fehler provoziert und damit neue Spielsituation. Und dann der Doppelpass. Schade. Da war nicht drin. Es bleibt beim 9 zu 8. Ja, Schwerin lässt jetzt schon die Köpfe hängen. Warum tun sie das? Und eben sage ich es noch, hoffentlich nicht so viele technische Fehler. Ja, und jetzt Schwierigkeiten beim Fangen, aber der Ball ist drin. 10 zu 8 für Grünwald Schwerin. Das warnt sich gleich auf Schweriner Seite einen Wechsel an. Ja, also Sarah Bischoff macht sich da fertig. Der Trainer ist unzufrieden mit der Aufbaureihe, denke ich mal. Oder möchte eine andere Spielerin, die vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat, in die Aufbaureihe mit reinschieben, um eventuell dann über Außen mit Sarah gefährlich zu werden. Na ja, er schiebt sie auf die Aufbauposition, halbrechte Position. Für Juliane Schiller. Verwundert mich etwas, Juliane Schiller mit den Treffern eben und auch mit drei Treffern die erfolgreichste Schütze auf Seiten von Schwerin. Warum mal ausgerechnet sie jetzt aus dem Spiel nehmen? Ich hätte eigentlich gedacht, dass gerade für die Abwehr jetzt noch was gefordert ist, weil Unzufriedenheit ist toll, das war unüberhörbar. Dass da zu wenig gesprochen wird miteinander. Die Abwehr ist einfach zu leise, das hast du richtig gesagt. Übertreten, gepfiffen von den Schießrichtern. Das ist keine Kommunikation in Abwehr. Die Übergabe zwischen den Spielerinnen ist noch nicht vorhanden. Das Timing ist nicht da. Es bleibt abzuwarten. Und jetzt auch Zeit genommen durch Rostock Süd. von oben adel域 Jahreceisen wollte. In den heyften geht es einigermaßen, aber das Umschalten von hinten nach vorne dauert so lange. Gerade in den Momenten, wo wir den Vorteil nutzen können, wo sie sich zurückziehen, da ist Lulu frei, da ist Marscha frei, da machen wir jetzt in den letzten 5 Minuten eine Abspielfehle, weil wir nicht in die Tiefe gehen. Wir gehen, wir spielen hierher, Juno 9 Diagonal ein, hat keinen Blick zum Tor, vor diesem 5 Meter Platz, Mädels, reingehen, möglichst zu machen, raus spielen, weil der nächste kommt mit Feuer. So, und hier auf die Nuno, wenn sie Mannendeckung genommen sind, rangehen mit dem Ball, einfach kreuzen und dann kommt sie rum und macht Action. Nur ihr müssen tief gehen, nicht nur quer, Mädels, vor nur Action, 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 auf Glück und auf die Nuno. Claudia, Ruf, keine Mannendeckung stehen, Punkt. Ja, Roberto, wir haben ein bisschen reingehört jetzt bei Rossock Süd. Er meinte, sie sollen tiefer gehen und die Lücken suchen und dann ein bisschen Action machen und nicht so eine Standwürfe. Ja, hat er aber auch gut gesagt. Also es ist wirklich teilweise eine Querverschiebung, eine Querverschiebung ist auf jeden Fall vorhanden, aber die Stoßbewegung in die Tiefe zeitweise oder gar nicht. Und das ist das, was der Trainer jetzt gerade nochmal gefordert hat von seinen Mädels. Wird man sehen, ob die Rostocker das jetzt umsetzen können, was ihr Trainer von ihnen jetzt verlangt hat oder als Aufgabe gegeben hat für die letzten neun Minuten? Er ist in der Hälfte beim Spielstand von 10 zu 8. Oh, da gibt es gelb für Kathrin Helga. Da kriegt sie sie nicht gehalten in der Mannendeckung. Und beim nächsten Mal gibt es zwei Minuten.